Was ist das? Das ist eine Schultasche. Was ist das? Das ist eine Federmappe. Was ist das? Das ist ein Radiergummi. Was ist das? Das ist ein Bleistift. Was ist das? Das ist ein Kuli. Was ist das? Das ist ein Farbstift. Was ist das? Das ist ein Heft. Das ist ein Heft. Das ist ein Heft.